Ist da jetzt was kaputt? Ist da jetzt was kaputt? Der holt die Polizei. Fahr schnell. Fahr einfach schnell. Wir haben jetzt gerade noch so eine Art kleinen Unfall, weil jemand uns quasi gerammt hat. Also es war halt auf beiden Seiten mega voll und er ist halt einfach von hinter uns in den Gegenverkehr und dann wollte er vor uns reingrätschen und wir sind aber weiter gefahren und dann hat er uns quasi so gerammt, weil hier geht ja jeder davon aus, dass er der Geilste und Erste ist und deswegen hat er wahrscheinlich gedacht, wir halten auf jeden Fall. Konnten wir aber so schnell nicht, weil auch überall ja Mopeds sind und neben uns auf der anderen Seite halt auch. Das heißt, es hat so einen leichten Knall gegeben und er ist dann ausgestiegen und wollte halt die Polizei rufen und so und meinte so, was habt ihr gemacht und so. Und wir haben aber von sehr vielen gehört, dass wenn das in Indien passiert, man auf jeden Fall wegfahren soll, weil man als Syrier halt immer die kürzere Karte zieht. Also selbst wenn man nichts verschuldet hat, kommt die Polizei wahrscheinlich und hätte gesagt, wir müssten zahlen und hätte uns nicht geglaubt und deswegen sind wir dann halt auch ziemlich schnell einfach weggefahren. Und sonst gibt es also sowas wie Versicherung gibt es auch nicht. Das heißt, man einigt sich so unter der Hand, aber warum sollen wir jetzt für seine Schramme zahlen, die er selbst verursacht hat. Und jetzt hatten wir die ganze Zeit ein bisschen Angst, dass er uns folgt, aber haben ihn jetzt zum Glück hinter uns gelassen und sind jetzt halt weggefahren. Sowas wäre in Deutschland halt undenkbar, aber ist hier gang und gäbe. Ja, mit Rekordgeschwindigkeiten von knapp über 80 kmh sind wir dann weggefahren. Also der war noch eine ganze Zeit hinter uns, aber ich weiß nicht. Also erst sind die uns noch hinterher gefahren, aber irgendwann durch den Verkehr waren wir dann irgendwann weg. Aber geil war es nicht. Und ältere Freundinnen von uns, also relativ Carlos und Lolita, ein älteres Pärchen, hatten halt so eine Situation, wo ein Lkw vor denen einfach ein Stück zurückgefahren ist, um die halt zu berühren. Und dann sind die Leute halt ausgestiegen und meinten auch so, was habt ihr gemacht und so. Und sie haben halt nichts gemacht. Aber es war so viel Verkehr, dass sie nicht direkt wegfahren konnten. Das heißt, die waren dann halt bei denen so am Fenster und so. Und dann haben sie versucht wegzufahren und dann haben die sich halt irgendwie an der Tür und so festgehalten. Und die sind halt gefahren und die Person, also die indische Person, hing dann da halt so. Und die wollten die jetzt halt auch nicht schwer verletzen und haben dann doch nochmal angehalten. Und dann haben die angefangen auf Carlos, der halt am Steuer saß, einzuschlagen. Und der ist 70 und voll nett. Ja, und also richtig asozial einfach. Und dann haben die denen noch 100 Dollar gegeben, wo ich so, also das hätte ich niemals gemacht. Und wollten dann irgendwie, waren immer noch so aggro und so. Und Lolita hat das dann zum Glück auch ein bisschen gefilmt und so. Aber ja, wir haben schon so oft gehört, dass Leute halt einfach im Verkehr ein Problem hatten. Und ja, die Leute sich dann abziehen wollen und es halt nicht irgendwie eine polizeiliche Regelung dann gibt, sondern die Polizei ist dann halt eher auf der Seite der Einheimischen als auf die der Touris. Was ich jetzt gar nicht so bewerten will, aber dann als Touri hast du halt keine Wahl, als wegzufahren. Und sowas wie Versicherungen gibt es hier auch nicht wirklich. Wir haben von anderen Leuten gehört, die haben versucht eine abzuschließen, haben nie eine Antwort bekommen. Oder, also es war einfach nicht möglich eine Versicherung hier abzuschließen. Also man kann vielleicht eine internationale haben, aber eine indische Versicherung gibt es einfach nicht. Und ob die Internationale einem dann irgendwie helfen kann? Wahrscheinlich nicht. Da muss man dann wahrscheinlich eher sagen, so ja, ich war schuld und dann kann man davon seine eigenen Schäden irgendwie reparieren lassen oder so. Und das Geilste an dem Thema Versicherung ist, dass den einen Tag auch die Polizei ankam und uns angehalten hat und meinte, ja, Versicherung. Und wir waren halt so, nee, wir haben keine, also gibt's nicht. Und waren dann aber auch so ganz ruhig und so, aber der wollte auch einfach nur Geld von uns. Also sagen ja, ihr habt keine Versicherung, weil es das halt nicht gibt. Und so voll die Abzocke. Und wir haben eben auf dem Weg zwei Elefanten gesehen, was ja voll toll ist, weil Elefanten sind meine absoluten Lieblingstiere. Aber die werden hier halt entweder als Touri-Attraktion oder als Arbeitstiere verwendet. Es gibt nur noch sehr, sehr wenige in freier Wildbahn und wenn auch eher im Süden. Und ja, die jetzt hier waren auf jeden Fall auch so Arbeitselefanten und das ist halt total unschön, weil teilweise sind die Füße voll empfindlich und dann laufen die auf dem heißen Asphalt und so weiter. Deswegen nicht so Elefantenshows, nicht Elefantenreiten, generell Wildtiere. Einfach Wildtiere sein lassen, sowas nicht unterstützen. Zoos, nicht so cool. Also wie gesagt, war irgendwie cool die zu sehen, aber irgendwie auch traurig, weil die halt jetzt nicht unbedingt ein gutes Leben hier haben. Nee, den Elefanten-Ideen geht's nicht gut. Nee. Und wir gehen jetzt übrigens hier einkaufen, nochmal Groß-Einkauf machen, bevor wir dann über die Grenze fahren. Weil im neuen Land dauert es immer erstmal ein bisschen, bis man das Geld hat und so weiter, weiß wo man einkaufen kann. Und ich glaube in Indien ist auch einiges günstiger als in Nepal, weil die halt hier viel selbst produzieren. Wo macht man das hier? Hä? Oh. Mit Kakerlaken. Jetzt kommt da jemand, Marian. Mariano. Jetzt kommt da jemand. Ja, nicht gemerkt, dass ich das so für die Kamera extra gemacht habe. Ja, ein Groß-Einkauf. Also wir haben entschieden, dass wir noch genug Dollar haben. Ah, wo ist hier, ne? Aber ich hätte überhaupt nicht gesagt, wie viel Gebühren das jetzt kostet. Aber gut. Hm. Also Dollar haben wir noch, weil die sind zwar schon ein bisschen älter, aber ab 2003 ist das wohl okay. Sind zwar sehr kleine Banknoten jetzt, aber egal. Notfalls müssen wir halt an der Grenze das dann wechseln. Aber wir mussten eben im Supermarkt mit Bar bezahlen, weil zum ersten Mal da unsere Karte auch nicht funktioniert hat. Also es ist manchmal echt schwierig hier mit Karte zahlen. Deswegen mussten wir jetzt nochmal hier Profis hin und erholen. Aber in Indien gibt es halt voll viel mit so, sowas wie Paypal, haben die voll viele verschiedene Systeme, Google Pay, wo wir halt nicht angemeldet sind. Was aber voll gut ist, weil dann so ärmere Leute halt am Markt was verkaufen können und das alles online läuft und sie dann keine Gebühren an irgendwelche Banken zahlen müssen. Das ist halt richtig genial und macht so Transaction viel einfacher für arme Menschen. Naja. Aber wir sind halt überhaupt nicht drauf ausgelegt. Ne, das funktioniert mit unserer deutschen Bank nicht. Da braucht man eine indische Bank. Und jetzt gibt es aber die letzten Kokosnüsse für On The Road. Indien wäre ja auch schon mal hundertmal schöner, wenn der Verkehr nicht so krass wäre und nicht alle immer rufen würden. Man könnte das jetzt hier so geil genießen. Hier gibt es so geile und günstige Sachen am Straßenrand. Aber sei mir nur stressig. Ja. Also ein Amritzer am Anfang, da ging es nur, da hatten wir noch ein bisschen Geduld. Einmal haben wir es ja mit Jodpur versucht, aber seitdem waren wir eigentlich in keiner Stadt mehr. Weil man kann einfach hier nicht gemütlich rumlaufen, ohne dass man... Oh, okay. Boah. Zurück in the Van. Jetzt ist es so warm und es war wieder so anstrengend. Wir haben dann nochmal ganz viele Samosas gekauft. Geil. Wahrscheinlich nicht unter den hygienischsten Bedingungen gefertigt. Ich meine, da roch es ganz schön nach Pisse da an diesem Fluss da oder was das war, diese Kanalisation. Aber es ist ja frätiert. Ja, die sind meistens mit Kartoffeln und dann anderen Sachen gefüllt. Die hier klappt ja auch mit Linsen. Und das sehen wir wieder ganz schön spicy. Also Samosas kann man auch in Deutschland, glaube ich, kaufen, ne? In so einem indischen Restaurant oder Imbiss. Unser Lieblings... Okay, das war schon ein Schluck auf, weil es so scharf ist. Unser Lieblings-Snack. Dann fahren wir jetzt mal weiter, ne? Ja, wir müssen ja rauskommen auf den Tach, ja. Raus aus dieser Stadt. Raus aus Indien. Raus aus Indien. Raus aus Indien. Raus aus Indien. Das ist auch der Grund, weswegen wir zur Grenze, die 270 Kilometer von da lag, wo wir losgefahren sind, ungefähr, halt über sieben Stunden oder mehr brauchen, weil einfach so, so viel los ist. Und hier frage ich mich wirklich, wir haben das Ganze jetzt ungefähr drei Monate durch, wobei wir einen Monat davon ja viel am Strand abgehangen haben oder an Stränden und Leute haben das ja jeden Tag, so die gehen auf die Straße oder steigen in ihr Auto oder auf ihr Moped und es ist immer so, ich finde das so krass, weil es macht uns einfach so fertig und ich, also wenn ich das jeden Tag rette, ich glaube, ich könnte nicht, ich könnte das nicht. Und damit ich keinen Hörsturz bekomme, habe ich hier jetzt so Borschützer, Oropax oder wie nennt man das? Okay. Das hatte ich auch schon mal in Amritz da, da bin ich mal mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren und es ging einfach nicht ohne, weil sonst würde ich einfach taub zurückkommen. Aber es ist ganz lustig, die haben immerhin jetzt mal das D gesehen und gefragt, Denmark und nicht halt so, where are you from? Obwohl ich vorher erzählt habe, dass wir aus Deutschland kommen. Vielleicht wollte er noch mal mit mir reden, ja, aber es ist ganz nett so, aber es ist schon lustig, wie viele hier jetzt wieder so reingucken und so weiter, aber es ist ja jetzt so neugierig. Tanken haben wir dann jetzt auch erstmal erledigt, also wir sind jetzt erstmal voll auf der Reservekanister, weil Nepal ist wieder ein bisschen teurer und dann wollen wir natürlich jetzt hier noch den kürzigeren Diesel ausnutzen und dann tanken wir morgen vor der Grenze dann noch einmal voll und dann haben wir erstmal getrunken. Und jetzt holen wir einen Schlafplatz, es wird langsam dunkel. Oh je, wie ne? Wo können wir schlafen? Wir haben gerade mal einen Blick auf unseren Tacho geworfen und seitdem wir den Bären gekauft haben, sind wir jetzt 40.000 Kilometer gefahren, was ja am Äquator einmal um die Welt ist. Also wir sind jetzt quasi einmal um die Welt gefahren von der Strecke her. So, jetzt sind wir bei der letzten Mautstation und unser Geld vom Fast Hack, dieser Mautkarte, ist natürlich genauso niedrig. Also wir haben noch 63 Rubis drauf, es kostet 60 Rubis durchzufahren, aber man darf nicht weniger als 100 oder so haben. Aber das ist die letzte Mautstation und wir haben eigentlich genug da drauf, aber wir können nicht damit bezahlen. Und jetzt haben wir gefragt, können wir bar bezahlen? Und jetzt sagen die aber, wir sind quasi ein kommerzielles Fahrzeug und das kostet viel, viel mehr. Aber wir haben Zeit. Dann kommt dann der Manager, dann kommt der nächste Boss und so weiter. Also nächstes Mal brauchen wir nochmal, weil ich denke immer auch, wir sind Krankenwagen. Nächstes Mal brauchen wir nochmal Blaulicht und eine Sirene, weil Krankenwagen sind nämlich kostenfrei hier für die Maut. Ich kann mir auch noch einen Kaffee kochen. Ja. Das ist halt so dumm, weil er kriegt das Geld am Ende ja eh nicht, glaube ich. Also für welches Unternehmen jetzt sich hier immer so aufzuopfern, so in diese Diskussion zu führen. Jetzt hilft uns hier so ein netter LKW-Fahrer, den wir eben bei der Tanke kennengelernt haben und will das jetzt aufladen für uns. Und diskutiert ganz viel für uns. Also das mit dem Fast-Take war eigentlich immer ein Problem. Es sollte Slow-Take heißen, weil schnell ist man dadurch hier nicht durch. Es dauert immer alles ewig. Jetzt hat dieser nette Inder einmal das, was wir mehr zahlen mussten, bezahlt und hat jetzt noch unser Fast-Take um 500 Rupees aufgeladen. Und wir haben halt jetzt auch wieder zehnmal gesagt, musst du nicht machen, weil, also wir geben dir das Geld auch wieder und musst du generell nicht machen. Und das hat er jetzt aber trotzdem gemacht und er ist halt einfach so ein LKW-Fahrer, der wird auch nicht viel Geld haben. Aber wir haben jetzt wirklich, wirklich oft gesagt, bitte nimm das Geld und er wollte es einfach nicht. Wir wollten ja auch schon so bezahlen, den Preis, den wir wollten da halt. Aber er war jetzt auch noch mal so, ja, ihr seid meine Gäste und so. Also bei allem, was uns in Indien oft ja auch einfach zu viel wird, muss man auch immer sagen, man darf das nicht so verallgemeinern. Und es gibt wie überall auch einfach unfassbar nette Menschen. Und das ist jetzt irgendwie ein schöner Abschluss auch nochmal einfach. Richtig lustig, jetzt sind wir ja irgendwie nicht in einer anderen Bundesstadt, aber irgendwie eine andere Region. Und da war es halt so manchmal so ein Polizei-Check oder die LKW müssen da irgendwie, die LKW müssen da irgendwie ihre Papiere zeigen und so, aber halt private Autos nicht. Und dann war da halt jetzt dreimal Leute, zwei haben uns durchgelassen und so, nachdem wir gesagt haben, ja, wir sind Touristen, wir fahren nach Nepal. Also Polizeileute. Ja, Polizeileute. Und der dritte, der, keine Ahnung, der hat auch null Englisch gesprochen, hat die ganze Zeit irgendwas gesagt, als wir jetzt da in diese Region reingefahren sind. Und ich glaube, der wollte einfach Geld haben. Aber wenn wir kein Hindi sprechen und er kein Englisch, dann funktioniert das mit der Bestechung nicht so gut. Naja, jetzt sind wir, konnten wir weiterfahren. Aber sonst wären wir auch einfach gefahren. Ja, das wollen sie machen. Das wollen sie machen, genau. Schauen wir. Uiuiui. Oh Gott, scheiße. Oh Gott, habt ihr geschafft. Ich war ja auf den Rasen. Oh, jetzt hab ich alles gematschig. Ach du scheiße. Kommt da rechts was? Ja, nein, schaffst du. Oh Gott. Das war jetzt keine gute Idee. Kommt da rechts was? Das war jetzt keine gute Idee. Mariano sieht begeistert aus. Ja, lustig. Das ist irgendwie ein Restaurant oder ein Kiosk, da gibt es ganz viele Stühle. Und die ganze hintere Wand ist quasi eine große Fläche mit wie eine riesen Matratze oder Decke. Und ich glaube, die ganzen Trucker können hier schlafen und dann, also hier parken und dann da drinnen schlafen irgendwie. Richtig geil. Und ich habe halt gefragt, ob es, ne, wir sind Touristen, ist es okay hier zu parken? Kann man hier schlafen? Und jedes Mal ich hab halt gefragt und er hat immer nur so gemacht so. Können wir hier schlafen? Also er hat nicht so mit dem Kopf gewackelt, sondern einfach nur so. Naja, also anscheinend ist kein Problem. Und er war auch gar nicht so interessiert oder irgendwas. Aber dann können wir ja morgen dann nochmal irgendwie oder nachher was essen oder im Kiosk irgendwas kaufen oder so. Puh, erstmal so ein Mango-Getränk. Boah, das war jetzt echt ein krasser, langer, harter Tag, ey. So viel gesehen, so viel passiert. Na? Von den Leuten, die einen Unfall mit uns bauen, zu Leuten, die voll nett sind und an der Maut voll viel bezahlen, zu Elefanten, die wir gesehen haben. Und mega viel Gewusel und Verkehr und Stau und Müll und aber auch irgendwie wieder schöne Felder und schöne Palmen und einen schönen Sonnenuntergang. Sonnenuntergang? Wo war denn der Sonnenuntergang? Aber ja, ist einfach alles sehr anstrengend. Na ja, Bestechung mit der Polizei noch erlebt. Warten wir heute an, ist ja ok. Guten Morgen unter dem Mückennetz. Wir haben eigentlich ganz gut geschlafen. Also nachts ist es hier nicht zu laut an dieser Straße. Aber irgendwie um halb sieben hat dann der Typ von dem Restaurant an unserem Van geklopft. Keine Ahnung was der wollte. Er hatte irgendwie seinen Tee dabei. Er hat irgendwie zur Sonne gezeigt. Weiß ich auch nicht genau. Also ja. Schlafen in Indien geht einfach nicht. Also wir haben echt so... Wir haben noch nie so oft so schlecht geschlafen. Oder zu wenig. Weil ja. Entweder ist es zu laut. Oder man wird halt irgendwie geweckt. Da sind ja wieder tausend Leute, die einen anklotzen und so. Oh je. Müssen wir gleich wegfahren. Ja. Ich glaube die sind jetzt alle wach. Und ja. Vielleicht meint er so, ja es ist jetzt Sonnenaufgang Frühstück oder so. Ja. 58 Kilometer. Okay was richtig lustig ist. Wir machen gerade Pause an der Tankstelle. Bisschen Frühstücken, Kaffee trinken. Aber ich schaue immer auf YouTube so einen Fahrradkanal, weil ich gerne Fahrrad fahre. GCN, Global Cycling Network. Und die haben jede Woche so eine Show. Wo sie halt über verschiedene Dinge reden und so. Und da können Leute immer so ein Intro hinschicken. Wo sie sagen okay, willkommen zu der Show. Und als wir damals im Iran in der Lutwüste waren, dann bin ich da ein bisschen Fahrrad rumgefahren. Weil da waren wir über eine Woche. Hatten nichts zu tun. Kein Internet und so weiter. Und dann hatte ich halt die Idee okay, ich mache jetzt auch mal so ein Intro Video. Und jetzt ist das bei dieser Show gelandet. From the hottest place on earth. Blood desert in Iran. Welcome to the GCN Show. Welcome to the GCN Show. Wie lustig ist das denn? Man darf halt auch wirklich nicht vergessen, wir lieben YouTube. Also ich habe auch voll viele Kanäle, denen ich folge und die ich voll inspirierend finde. Mariano halt auch. Und das ist auch so ein Grund, weswegen wir YouTube machen. Weil wir es einfach cool finden, dass so viele verschiedene Sachen da so einfach zu gucken sind. Wo man was lernen kann, sich inspirieren lassen kann und so weiter. Wir nutzen dann jetzt auch nochmal unsere 1,5 Gigabyte, die wir jeden Tag haben, bevor wir ausreisen. Nochmal das nächste fertige Video hochladen und so ein bisschen über Nepal informieren. Also wo wir jetzt heute überhaupt dann hinfahren wollen. Wir müssen auch noch unsere ganzen Einkäufe mal nach hinten räumen, die jetzt hier nach vorne nicht hingepasst haben. Und jetzt hier unser Mehlmanagement, wieder ein bisschen Mehl nach vorne tun. Wir haben ja hier auf jeden Fall erstmal was für die nächste Zeit. Und wir sind auch gut ausgestattet mit mehreren Kilo dieser Soja-Babbos, wie wir sie nennen. Diese Soja-Kügelchen. Okay, wir haben jetzt eigentlich alles Wichtige erledigt, sind bereit zum Abfahren. Wir wissen aber auch noch nicht ganz so richtig, was wir alles in Nepal machen wollen. Weil es gibt halt auch so verschiedene Nationalparks, wo es halt alles Mögliche an wilden Tieren gibt. Nashörner, Tiger, Elefanten, Krokodile, alles. Aber in diesen Parks, also zum Beispiel der Chitwan-Nationalpark, da gibt es dann halt auch immer so Elefanten-Safari. Und das finden wir halt richtig kacke, weil die werden halt schlecht behandelt und überhaupt so auf Kamelen reiten, auf Elefanten reiten. Warum muss man das machen? Wir wollen ja die Elefanten sehen, wie sie da glücklich sind und nicht auf denen da rumreiten. Wir machen uns dann weiter auf den Weg nach Nepal. Wenn wir denn überhaupt einreisen können, hier eine kleine Vorschau der nächsten Folge. Es wird irgendwie immer noch nicht besser. Es ist leider noch schlimmer. Es ist uns übrigens schon wieder jemand von der Seite reingefahren. Wir sind physisch in Nepal, aber noch nicht legal. Ich habe mich schon immer gefragt, was eigentlich passiert, wenn man in so einem Land ausreist und im Neuen nicht reingelassen wird, also in so einer Grenze feststeckt. Achtung! Das und mehr aus unserem chaotischen Leben in Asien. Danke fürs Zuschauen und Happy Journey!